Eines Tages kämpft Ahsan gegen eine unglaublich starke Hexe und ihr Souljam zerbricht. Folgende Preisfrage. Was geschieht nun als nächstes mit Ahsan? Mal sehen. Die Unsichtbare. Na los, antworte schon. Was wird aus einem Magical Girl, wenn ihr kostbarer Souljam zerbricht? Sie verliert ihre Zauberkräfte? Möp, möp. Das ist leider nicht ganz richtig. Na dann, die stärkste bitte. Sie kann ihrer Pflicht als Magical Girl nicht mehr nachgehen? Das ist zwar nicht völlig falsch, Möp, möp, aber dennoch nicht richtig. Hä? Die Antwort lautet, das Magical Girl ist leider tot. Nachdem ihr Souljam zerstört wurde, war ihr Körper zwar völlig unverletzt, aber die Atmung stoppte. Ihre Pupillen weiteten sich. Sie wurde bleich, ihr Mund wurde trocken und sie konnte sich nie wieder bewegen oder lachen. Was? Die Trucke ist eine Lachen. Und es war ganz wichtig. Wir haben uns auch noch ein paar Ziele, und es war sehr wichtig. die wir noch einen Besuch geteckt haben. Wir haben uns als einen Besuch geteckt. Wow. Wir haben uns die Ziele. Vielen Dank.